Ja, nix da, nix da. Okay. Schau mir an. Nein, nein. Wie schau mir an. Viel besser. Willst du auch einen Saft? Wenn man so einen Saft trinkt, dann wird man 100 Jahre alt. Klar, ich will auch einen Saft 100 Jahre alt. Das war's. Du bist noch nicht 100. Ja, morgen. Morgen. Die meisten Leute, über was denken sie denn? Wie kommen sie rein? Wie kommen sie zu einem Auto? Wie kommen sie zu Ferien? Und so weiter. Das ist ja bei mir kein Lebensziel. Mach mal den gemacht. Mach Fenster auf. Und vor. Was bringt dir das noch? Aber ich muss ehrlich sagen, so will ich auch nicht den. Ich bin bereit. Omschi! 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 Hast du schon eine neue Batterie in deinem Hörapparat? Was? Hast du schon eine neue Batterie in deinem Hörapparat? Engomme durch. Ich bin bereit! Ng》